Dann machen wir jetzt die Segnung Maranatha, die Segnung Maranatha mit Zadkiel heute, mit Zadkiel, mit dieser violette Flamme, mit violetten Licht. Ich bin selber gespannt, wie du das erlebst. Ja, schauen wir an. Okay, dann wenn du bereit bist, drücke Daumen hoch, Herzchen können fliegen, schau, da scheint man, dass du bereit bist. Übrigens, ihr Lieben, kannst du auch später morgen auf YouTube die Aufzeichnung von dieser Segnung auch finden auf meinem YouTube-Kanal. So wie ich dort heiße, die Frage ist ganz einfach, Marta Filamara, so wie du mich kennst. Marta Filamara und dort findest du viele Meditationen, also auch viele Meditationsmusik, wo du dich entspannen kannst, vor allem. Wo du dich für die geistige Welt öffnen kannst, wo du dein Herz für die Engel öffnen kannst. Also da hast du, und diese Woche wieder kommen neue, da werde ich noch produzieren. Also schaue da an, was da alles ist. Sogar da ist eine Engeleinweihung, eine Einweihung in die Engelswelt, in die Engelsenergien. Schaue da unbedingt an und genieße und einfach genieße. Also viele wertvolle Sachen, Impulse, spirituelle Übungen, abonniere meinen Kanal, like und bei 1000 Follower gibt es viele Geschenke von mir. Das werden wir auf jeden Fall machen. Okay? Alle bereit? Hast du auch verloren? Nur ich habe verloren als verloren, Karin, aber das habe ich schon bis, nicht mal bis Blut, sondern bis Fleisch. Das ist, ich hatte sowas noch nie. Ja, aber okay. Muss auch so sein, wahrscheinlich. Da wirklich, ich hatte keinen Einfluss und ich konnte das nicht zurück machen. Naja, es tut weh und ich hoffe, das wird sich gut heilen. Heute muss ich noch mit mir ein bisschen arbeiten. Unter dieses Thema. Alle bereit? Super. Bitte nach dieser Meditation, auch morgen, die Energien, trinke ein Minimum ein Glas Wasser. Ja, ihr Lieben, die Energien des Vollmonds wirken Minimum bis zum Donnerstag, bis zum Mittwoch. Ja? Also bis zum Donnerstag. Denn drei Tage nach dem Vollmond wirken noch diese Energien. Auch, weil du Rituale noch machen kannst. Ja. Danke, Karin. Also heute haben wir Vollmond und da hast du noch Zeit, diese Vollmondenergien zu nutzen. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ja? Also ich denke, können wir schon beginnen. Ich schon jetzt mit Wasser. Und jetzt bitte schließe deine Augen und atme tief ein und aus. Ganz in deinem Tempo. Rufe deinen Schutzengel. Rufe deinen Schutzengel, deinen Geist oder deine Engelsgruppe. Herzengel Zadkiel. Und jetzt bitte schließe deine Augen und atme tief ein und aus. Bitte um Schutz und Führung bis zum Ende dieser Meditation. Atme tief ein und aus. Und mit jedem Atemzug verbindest du dich immer mehr mit den Engeln, mit der geistigen Welt. Und mit deiner Lichtquelle. Mit Gott. Du lässt alles los, was dich noch beschäftigt. Deinen ganzen Alltagsstress. Negative Gedanken, Probleme. Du lässt alles los. Und wenn du bereit bist, bitte schon jetzt, Jesus und Herzengel Zadkiel, dich mit der violette Flamme der Transformation zu reinigen. Auszudämmen. Dich zu erheben. Bitte auch die Segnung Maranatha empfangen zu dürfen. Und sieh so vor deinem inneren Auge ein wundervolles, füllendes Licht. Und in diesem Licht erscheint dir Jesus Christus. Und du fühlst das leuchtende Licht und die tiefe, bedienungslose Liebe. Wenn du in seine wundervolle Aura gelangst. Du fühlst dich geborgen. Du fühlst dich gesegnet. Und tief berührt und spürst, dass es nur an der Zeit ist, loszulassen von dem alten Ballast. Dass es schon an der Zeit ist, dich mit dem Licht zu verbinden mit deiner inneren Quelle. Atme ganz tief ein und nimm alle deine Themen, all das vorüber, du dich sorgst und was dich belastet war. Und mit jedem Ausatmen strömen diese alten Themen in das violette Licht, wo sie sich sofort auflösen, verschwinden und wieder ein Teil des großen Kreislaufs des Lebens zu werden. Du fühlst die tiefe Liebe der Engel des Himmels, des Universums, der ganzen Welt. Du fühlst dich getragen von der göttlichen Gegenwart. Du kannst alle deine Wut, Schuld, Sorgen und Anliegen der violette Flamme übergeben, an Jesus übergeben. Nimm dir jetzt dafür einige Augenblicke Zeit. alles, was dir am Herzen jetzt liegt. Alles, was gerade um Heilung bittet. Ja, lasse alles los. Öffne dich dem Christus und seiner unermesslichen, bedingungslosen Liebe seine heilende Energie und lasse dich davon erfüllen. Erfülle die Vergebung, die Gnade und tiefe Annahme deines gesamten Wesen in seinem strahlenden Licht. Und du spürst diese pure Liebe. Und jetzt vor dir erscheint noch Herzengel in seiner violette Flamme. Eine große violette Flamme und in diesen Flamme kannst du Herzengel Zadkir sehen. Aber seine Flügel sind viel, viel größer als diese Flamme und du kannst diese Flügel sehen. Und wenn du nicht das sehen kannst, dann fühlst du das. Und Erzengel Zadkir berührt dich ganz saft mit seinem Flügel. Und jetzt direkt in dein Herz von Erzengel Zadkir durch violettes Licht Licht. Kannst du dir das als eine Lichtbrücke, eine Fülle der Lichtbrücke visualisieren. Fließt an dich die Segnung Maranatha. Lass es geschehen. Öffne dich jetzt für alle Segnungen, die deine Seele jetzt für die kommende Woche braucht. Unterstützung, Heilung, Transformation. Es ist auch die Zeit dafür, damit du ganz genau formulieren kannst, wo du die Unterstützung des Himmels brauchst. Ich bedanke dich bei Jesus Christus und der Zengel Zetkel für die Transformation und dass er dich auf solche wundervolle Weise geheilt hat und Rizengel Zetkel für den Segen Maranatha. Före nun langsam wieder zurück und fülle wundervolle Leichtigkeit in deinem Wesen. Du bist nun erfüllt von Liebe, Licht, Heilung und Frieden. Sei gesegnet. Amen. Amen. Öffne deine Augen. Verbinde dich mit deinen Körper. Du bist wieder im Hier und Jetzt. Und wenn du schon zurück bewusst hörst, schreib mal in die Kommentare deine Wahrnehmungen. Monika, ich flog auf einen Vogel und ich spürte Leichtigkeit. Gerne Andi, hier ist ein Wunderschön Wärme durch den ganzen Körper, einfach nur schön und entspannt. Danke. Wenn hat, oh, das war so. Andi, ich habe einen Viertel nichtstrahl von Herz zu Herz gespürt. Wunderschön. Wie geht? Ich fühle Glück und Leichtigkeit und Wärme. Karin, ich habe Ruhe gefunden und sage einen Viertel Diamant. Wundervoll, Karin. Anja, mit Liebe, aber auch die Tränen. Und ja, ich habe Bilder gesehen. Wunderschön. Jana, ich habe den Stimmbereich bzw. das dritte Auge und der Liege auch Arm gespürt. Okay. Okay. Ganz in der Süfe, Lieben, oder? Wunderbares Gefühl. Habe zum Schluss schon wieder verschlafen. Gabi, trotz dass ich zu spät kam, fühlte mich richtig umhört von Frieden und Liebe. Wunderbar. Ich freue mich. Denn es ist wundervoll und entspannend. Karin, extreme Wärme, strahlendes Licht mit glitzernden Farben, extremer Druck im Kopf, aber ganz viel Liebe. Jana, Energie, den ganzen Körper angenehm, Wärme. Ulrike, ganz ruhig und entspannt, fast eingeschlafen. Von Herzen, Gedankeschön. Von Herzen, Gerne. Jana, vielen Dank. Trudi, liebe Mathe, ich konnte wieder einmal dabei sein. Wow, Trudi. Oh, schön, dich zu sehen. Ich habe viel Wärme in meinem Herzen. Das war so heilsam und ging ganz tief. So lichtvoll und voller Liebe. Ich würde mehrfach gesegnet. Ach, wunderschön. Oh, schön, euch hier zu sehen. Ihr Lieben, und wollte noch euch sagen, dass am 18. Juli beginnt die Erzengel-Ausbildung, wo du auch die Einweihung von Erzengel-Zadkil erhalten kannst, aber auch von anderen Erzengeln, wo du einfacher lernen kannst, wie du mit Erzengeln wirken kannst, wie du mit diesen Energien wirken kannst. Eine super tolle Zeit, wo du dich spirituell entfalten kannst. Also, wenn du mit dieser Energien wirken, beziehungsweise Energien wirken willst, erlernen, was du da mit Erzengel-Zadkil machen kannst, dann auf jeden Fall diese Ausbildung für dich ist. Unabhängig davon, ob du offiziell mit den Menschen arbeiten willst oder unoffiziell. Das heißt, mit dir selbst, mit deinen Liebsten, mit deinen Familien, Bekannten, ja, so oder so, dass das Wichtigste ist, was du dort bekommst, ist das Wissen. Selbstverständlich auch, dass du fällig bist, mit diesen Energien zu arbeiten. Da unten in den Kommentaren Anmeldung gleich auch oben. Ach, Monika hat noch etwas geschrieben. Ich danke dir für die wundervolle Meditation, wünsche dir und deiner Familie eine schöne Woche. Danke. Wärme erhalten, Tränen liefern, Bilder gesehen und sehr viel Liebe gespürt, schreibt Anja. Was Besonderes. Katrin, danke. Der Flügel hat mich berührt. Wunderschön. Monika, ich danke dir für die wundervolle Meditation, wünsche dir und deine Familie eine wunderschöne Woche. Ihr Lieben, ich bitte euch, schau mal auf meinen YouTube-Kanal, abonniere, like, genieße, denn dort warten viele Geschenke für dich. Meditationsmusik, Einweihung, spirituelle Übungen, lass dich überraschen, genieße und jetzt verabschiede ich mich. Ich danke dir für dein Vertrauen, für deine Zeit und ich wünsche dir einen gesegneten Abend und danach viele bunte Träume. Ich habe euch lieb. Namaste, ihr Lieben.